Das Landesamt für Gesundheit und Soziales, Lagos, warnt vor Corona-Selbsttests der Marke Deep Blue. In der Lösung eines Testsets wurden Bakterien nachgewiesen. Das Anhui Deep Blue Medical Technology Test Kit wird in großem Umfang an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt. Das Bildungsministerium hat den Einsatz dieser Selbsttests, die aus China stammen, nun vorsätzlich gestoppt. Denn das Lagos rät bis zur Klärung des Sachverhaltes vor der Verwendung der Marke ab, um die Sicherheit von Kindern, Jugendlichen und Lehrkräften zu gewährleisten. Laut dem Bildungsministerium ist in den vier staatlichen Schulämtern jedoch eine Reserve mit Selbsttest von anderen Herstellern vorhanden. In der Regel werden die Tests an den Schulen jeweils montags und mittwochs durchgeführt. Über das weitere Vorgehen, wie beispielsweise die Ersatzbeschaffung, wird dem Ministerium zufolge entschieden, sobald die Prüfung durch die Gesundheitsbehörden abgeschlossen ist.